So, gruten Tag, grüß euch, grüß euch, grüß euch, grüß euch. Was geht ab? So. Spontan stream, let's go! In den Ding im Sinne. Na, alles frisch bei euch, alles gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt ins neue Gebiet gehen. Und dann, glaube ich, werde ich wieder meine Daily, meine Roulette machen. Quests go! Neuer Stream, neue Webcam. Ach, tschüss, ich hasse es. Weißt, ich probiere... Na, Desktop-Sound vergesse ich immer. Aber ich probiere das jedes Mal vorm Stream aus. Und es funktioniert jedes Mal vorm Stream. Dann starte ich den Stream und auf einmal geht's nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso manche Overlays dann einfach nicht mehr angezeigt werden. So. Ganz komisch. Gut. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ins neue Gebiet rein und dann werden wir das Roulette-Ding machen. Was postet denn der da hier? Herzlich Willkommen. Die Kampagne Wiedersehen ERC ist zurück. Lade deine Freunde über deine Freundesliste. Aha. Ja, whatever. Äh, ich kapiere meine Shameless Self-Promotion gerade nochmal raus. Äh, wo ist sie? Da ist sie. So. Na. Na, hi, hi. Da hat auch sogar etwas Endgame-Wicht. Jetzt ist es endlich soweit. Ne, ist es nicht. Aber wir nähern uns. Mit rapidem, rasantem Tempo. Äh, Amaro-Flugsteig. Okay. Das ist eh schon ein 79er-Quest jetzt hier. Ne? Also. Jetzt wird's ernst. So, sobald ich dann 80 bin und mit der Main-Story durch bin, kann ich aufhören. Dann spiele ich wieder Spyro-Kapper. Ich habe den dritten Teil, also ich habe ja die Spyro-Trilogie eigentlich angefangen zu streamen, aber den dritten Teil habe ich noch nicht fertig. Die ersten zwei habe ich auf 100% gespielt, aber den dritten habe ich noch nicht mal angefangen. Oh nein. Was passiert da? Und wo ist jetzt mein Stream-Bot? Da ist er, so. Ah, wir haben dich gefunden. Auf ins letzte Gebiet. Ja, ja, ja. Die Wort hat uns von deiner Rehabilitation erreicht, und deshalb haben wir die anderen mit all der Haste. Du bist auch ein Drachen in Final Fantasy, Prostik in Spyro. Grüß dich, Tirathos. Bist du mit der Story schon durch, Tirathos? Oder wieso chillst du jetzt nur hier? Also warte mal, ich geh noch ins Discord. Ich komme gleich nach der Katze in ins Discord. Dann können wir da drüber quatschen. Ich würde gerade so gerne Tee trinken, aber das ist noch so verdammte Eis. Ich wollte schon sagen. Ich mische Tee immer mit Wasser. Das wäre eine Idee mit kalbem Wasser, ne? Ich bedanke dich. Ich warte nicht, dass ich alles in meinem Körper tun werde, bis ich trinke mit dem Tee und die Ex-Arcs' Wünschen zu erfüllen. Ich bin sorry, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich werde noch irgendwas für's Kappamon einbauen. So ein Sidekick oder Referenz auf Chitouge. Immer wenn jemand Tee erwähnt wird, die Katze sagen, ich mische meinen Tee immer mit Wasser. Wie kannst du Promises machen? Wir wissen nicht, wo wir beginnen. Ich mische mein Leitungswasser übrigens auch immer mit Wasser, ne? Sonst ist es mir zu stark. Weißt du? Es ist eine Lüge. Pläne und einfach. Wir haben alle nach oben und hoch und hoch für eine Antwort suchen. Und jeder von uns kam zurück, um die Hand zu verhören. Ich werde jetzt nicht in ihrer Weg stehen. Nicht nachdem sie in ihrer Zeit zu verhören. Nein. Das Leiste, was wir tun können, ist... Cola? Was? Du mischst Leitungswasser mit Cola? What the fuck? Wir gehen auch mit dir. Echt jetzt? Es ist nichts, wenn man sich noch nicht gewöhnt hat. Nee. Ich habe noch nie jemanden Wasser mit Cola mischen sehen. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das nicht total ekelhaft? Es gibt keine Hoffnung, um es gefunden zu sein. Also das schmeckt dann... Das ist dann so richtig dünn, das Cola, oder? Das ist ja dann... Ich meine, ist eine Methode, Kalorien zu sparen, ne? Ach so, war nur ein Witz. Ich weiß, ich habe schon seltsame Dinge gesehen. Ich habe schon sehr selts... Ich habe schon jemanden Ketchup in seine Rindsuppe kippen sehen. Also... Es gibt schon diverse Geschmacksverirrungen auf diesem Planeten. Though we may not know the whole story, we do know you're in for a fight. And while the Exarch's away, it falls to the rest of us to see the Warrior of Darkness is given a proper send-off. You told them! No! Well, not in so many words. Aye, we didn't need his spell down for us. When the night sky appeared over whichever place you went to, it was harder not to put two and two together. From the moment I heard that you and the Exarch feared the homeland, I had my suspicion. Was hat's die Katze so richtig gemacht? Long had he been waiting for a certain someone to arrive. Er hat's nicht gelesen, was die Katze gesagt hat. Exactly. When he went up to meet you, it was clear it was no ordinary visitor. That spring in his steps, Pop-Volumes. I could feel his excitement. I could feel his excitement. Eat him! That's right! Here we go! Okay, ähm... Where you or the ex-spotator came from, or why you had to be able to connect with a certain text. That's the problem. I'll see you later on, after the Katze in a second. But it's just about 10 minutes. So, if there is anything at all, it's just about 10 minutes. You can name it. I'll start the stream, and it's just about 10 minutes. What could you do with us? Was ist dein Wille, oh Warrior of Darkness? So, ich weiß jetzt nämlich überhaupt nicht, wieso ich da zwei Cutsins, äh, nicht zwei Cutsins, warum ich da zwei Keywords drin habe. Ich schaue jetzt erstmal im Discord, äh, da ist er. Malöle. Hey. So, und jetzt schauen wir noch, wieso ich da zwei Keywords drin habe. Was ist da? Na, ich rede gerade mit dem Stream. Zwei Keywords für die Katze. Ich habe nämlich einmal Katze, genau, meinst du etwa mich, bla bla bla. Und einmal, wie heißt die Katze drin? So, meinst du etwa mich, ich kann so viel, ich bin der Streamer. Also das ist unnötig. Wie heißt die Katze? Äh, dann könnte man das eigentlich, das machen wir zu einem Command mit Rufzeichen Katze einfach. Und gehen auf Trigger. So, das müsste jetzt passen, nachdem ich die Katze aktualisiere. Blup, aktualisieren. Zack, so. Okay, jetzt müsste es eigentlich hinhauen. So in der Theorie. Okay, Orange, was hast du mir zu sagen? Nichts Sinnvolles. Ja, jetzt ist ein Wahn jetzt so vorgekommen. Musst du nochmal machen, Shitoge. Ich glaube, ich bin gerade im letzten Dungeon, Frau Shadowbringer. Bist du wachst, ist denn nicht auf mich, du? Werner, du? Es ist dort, bis du daherkommst. Ich warte auf dich. Ich gehe mit dir nochmal rein. Jetzt habe ich ihn in fünf Minuten. Wie will ich? Naja, wenn ich die Katze jetzt skippen, wird locker. Naja, gut, sagen wir fünfzehn Minuten, dann hätte ich es wahrscheinlich. Aber mit den Katzeens dauert das ja alles hier drei Jahre. Aber wo ist ich denn da? Oh, Jesus Christ. Ganz woanders hin, ja. Nein, ich will keine Freitoken. Meine Güte, ey. Hat sie es jetzt gemacht? Jetzt habe ich nämlich nicht hingesehen. Die Katze. Hat es funktioniert? Ich bin auf jeden Fall schon beim ersten Boss gestorben. Wie heißt die Katze? So warte. Ich probiere es jetzt selbst. Na, geht doch. Weiß nicht, was du hast. Kannst du nochmal probieren? Da muss ich jetzt... Na, hatte Kula, kann sein. Ich sehe das Problem. Achso, ja, stimmt. Stimmt, ja. Das ist das Problem. Das muss schon der genaue String sein. Achso, das ist eine Sidequest. Ich muss da runter. Äh. Dann rede ich so. Tja. Rechtschreibung, Jitoge. Rechtschreibung. Recht hast mit der Schreibung. Neue Rechtschreibung. Die eh schon gar nicht mehr so neu ist, aber halt, ne. Das war ich total abgefuckt. Ich war genau in dem Jahr, wo das umgestellt worden ist, glaube ich, in der Schule. Wo wir so die grundsätzlichen Dinge gelernt haben. Und dann haben wir beides gelernt. Das war so... Die Schweizer schreiben das so, wirklich? Es gibt in der Schweiz kein scharfes S... Aha! RIP! LOL! Ja, gut, ne. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist jetzt... Internationale Probleme. Das wusste ich gar nicht, dass es in der Schweiz kein scharfes S gibt. Aber in der Schweiz gibt es ein scharfes... Scharfes S ch. Das kann... Ich kann das nicht aussprechen, die Schweizer. Ich bekomme da so Schmerzen im Hals davon. Ah, Gott, ist der heiß. Ah, Jesus. Ah! Ah, wo laufe ich hin? Ich weiß es nicht. Ah, da runter muss ich. Ah! Ah, Gott, der war noch viel zu heiß. Ah, das tat weh. Uff. Ah! Innere Verbrennungen. Ah, Gott. Schon eine leichte rassistische Ganze. Hey. Muss ja nicht alles, äh, politisch korrekt sein, ne? Lol, bin ich jetzt dahinter oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich seh dich nicht. Ah, hat's funktioniert. Latscht. Na, guck, geht doch. Ah, wie hast du denn jetzt das scharfe S geschrieben? Habt ihr eigentlich... Habt ihr in der Schweiz ein anderes Tastaturen-Layout? Als Deutschland und Österreich? Zum Beispiel doch so ein Ding. Das habe ich noch nie hinterfragt bei der Schweiz. Ja, aber hab meine Finger verrenkt. Wirklich? Welche Buchstaben sind denn bei euch anders? Also, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel Englisch und Deutsch vergleicht, dann sind ja Y und Z vertauscht. Ah, toll. Wegen der kleinen Pfütze gerade mountet er mich jetzt ab. Dankeschön. Großartig. So weit kann ich vom letzten Dungeon ja gar nicht entfernt sein. Zehn Quests oder neun oder acht Quests, oder? Offline? Bitte gehst du weg von dort. Weil gestern meintest du, in zehn Quests oder so bin ich mit 5.0 durch. Du meinst jetzt 5.0, oder? Oder meinst du jetzt nicht die Passed Story? Oder meinst du auch die Passed Story? Die Otos? Was? Meinst du 5.0, oder meinst du, also du bist im letzten Dungeon-Dungeon? Keine Ahnung. Ich schaue ja nicht drauf, ob das 5.0 ist, oder? Keine Ahnung. Hattest du die Credits schon, oder hattest du die Credits noch da? Ja, dann dauert es nicht so lange, bis ich da bin, wo du jetzt bist. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin im neuen Gebiet angekommen, und dann ging es eigentlich relativ schnell bis daher. Ja eben, dann bin ich gleich dort. Ich bin auch ethisch, also wenn ich Level 80... Doch, das dauert noch ein Stück? Okay. Nein, ich muss noch Level 80 werden, also ich werde jetzt noch Zufallsinhalte machen müssen. Achso, okay, stimmt ja. Also nicht mehr viel, das dürfte sich heute locker ausgehen. Ich habe jetzt 24 Millionen, und ich brauche 37 Millionen, also es sollte eigentlich drin sein, denke ich. Mit den Quests, die ich jetzt noch machen muss, vor dem Dungeon, und mit den Zufallsinhalten, die ich jetzt noch machen kann, und die Agenda habe ich ja auch noch, hier, 5 Dungeons abschließen, damit komme ich wieder in eine Million. Easy Cheesy, Lemon Squeezy, und Rollenquests, genau die Rollenquests muss ich ja auch noch machen, stimmt, du hast recht, an Vayo. Also das dürfte sich eigentlich seidig, geschmeidig, cremig ausgehen, denke ich, hoffe ich. Sehr geehrter Herr Blizzard, ich habe verbessert, dass Blizzard geskillt, aber ihr Unternehmen ist immer noch scheiße. Das war so meine Lieblingsaussage aus Vanilla WoW damals. Wie komme ich denn da, muss ich da tauchen? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so ein Ding, das stört mich an Fallen Fantasy ein bisschen, dass ich ständig blockiert werde, von irgendwelchen Plattformen runterzuspringen. Ich finde das so unnatürlich, dass ich da zum Beispiel oben gerade nicht runterspringen kann. Das ist total weird. Und ich verstehe auch nicht, wieso. Ich meine, bei manchen Dingen verstehe es, weil du dort einfach nicht hinkommen sollst, aber da kann ich hier hin. Ich verstehe nicht, wieso ich da nicht runterspringen kann. Sehr froh, dass du überhaupt springen kannst. Stimmt, ging in 1-0 nicht, ne? Untersee, was Unterseischer Fels. Warum? Ja stimmt, in 1-0 war es ein feuchter Traum, Kappa. Vor allem das Tauchen, ne? Tauchen konnte man ja auch nicht, denke ich mal. Sie wollen nicht, dass du selbstmordgefährdet bist. Ich verstehe eigentlich auch nicht, wieso sind die normalen Raids, also die, die, diese, äh, generell alle Raids, die nicht-Savage-Mode sind, so leicht, und ab dem Savage wird es dann richtig schwer. Und Ultimate ist dann halt so bockschwer, dass es eh fast keiner mehr schafft. Warum gibt es da keinen Schwierigkeitsgrad so, äh, dazwischen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Weil in WoW gibt es dann halt schon, ne? Da, normale Raids sind halt so, ja, das schafft eigentlich jeder irgendwie. Heroal Raids sind dann, ja, das schaffen dann eigentlich schon nicht mehr alle. Und Mythic Raids, das ist dann, oder ist das hier auch so? Mythic Raids sind dann für die richtig guten Spiele. Sind alle rausgegangen, nice. Die sterben die ganzen Tagensiere aus, aber... Gut, ich werde mit dir da reingehen. Ja, vielleicht kannst du jetzt aber doch noch ein bisschen warten. Jo, ist kein Problem, aber mit solchen Randoms ist das echt. Ja, mit Randoms zockt das generell Kacke. Das ist in jedem Spiel so. Bei meinem Monster Hunt ist das richtig geil. Je suis, Monty. Jetzt musst du dir vorstellen, der Heal hat volle MP gehabt, heilt mich nicht, ich sterbe, er geht raus. Man, was? Ja, wie auch immer. Er heilt dich nicht, du stirbst und er geht raus? Ja. Hat aber volle MP gehabt, gell? Keine Ahnung, was das war. Vielleicht war es ihm peinlich. Ja, Alter. Du hast doch nur Tastik, ich bin nice. Ja, ja, das war der Val Prima A, den wir gekämpft haben, also bekämpft haben, weil in Heavensward war das, glaube ich, ne? Das ist der hier auch, nur die Originalform, keine Beschwörung. Wie? Originalform? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wieso, wieso, gibt's von Prima A's ne Originalform? Hä? What? Wie ist man gelebt hier noch? Also, sind alle, alle Prima A's haben mal gelebt, die gab's tatsächlich. Und die Beschwörungen sind dann quasi nur so... Ja, Prima A's sind nur Beschwörungen, ja. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich habe meinen Tee falsch gemischt. Ich habe jetzt einmal zwei verschiedene Teesorten. Ich habe zwei Teebeutel, weil meine Tasse so groß ist. Und ich glaube, das sind zwei verschiedene Tees. Das ist irgendwie seltsam jetzt. Sehr seltsam. Würde ich nicht weiterempfehlen. Und wo gehst du? Also, mein Plan jetzt nur für dich nochmal, weil du das vorhin nicht gehört, glaube ich. Ich werde jetzt ins neue Gebiet gehen, ne? Und bald ich im neuen Gebiet bin, werde ich kurz dieses Roulette machen, den Zufallsinhalt betönst, ne? Damit ich 80 wert oder in die Nähe von 80 komme. Und dann... Was? Die Rollenquests, ne? Die muss ich jetzt nicht machen, aber die habe ich auch noch. Aber die musst du machen, damit du weitergehen kannst. Ah, muss ich? Ja, ja. Ohne die kann es nicht weiter. Es fehlen nur noch drei Subs. Wo kommen die denn her? Echt? Warte, warte, warte. Hä? Das stimmt bloß nicht. Das interessiert mich jetzt gerade selbst. Gestern waren es... Es sollte noch eine neue sein. Das wird falsch angezeigt, glaube ich. Da hat es irgendwas... Da hat es irgendwas falsch geladen, offenbar. Warte mal, refreshen wir die Browser sowas mal. Kann ich nicht. Doch kann ich.